Als Ergänzung für das Tutorial über das XS Wireless Digital System von Sennheiser möchte ich heute noch ein paar Fragen beantworten. Warum braucht man eigentlich auf einem Keyboard oder am Keyboard oder Digital Piano überhaupt ein Drahtlossystem? Man bewegt sich ja von der Tastatur gar nicht weg. Das ist ein berechtigter Einwand. Aber bei den Digital Pianos besonders extrem, wir haben den Mikrofoneingang unten links. Und das bedeutet, wenn wir ein Kabel haben, dann haben wir entweder das Problem, dass wir hier vor der Tastatur unten links rein müssen. Damit hängt das Kabel sozusagen im Weg und wir können nicht mehr vernünftig spielen. Oder wir müssen mit einem Mikrofonstativ am besten das Mikrofonstativ hinter das Instrument stellen, sodass wir mit dem Mikrofonstativ das Kabel führen können, unter dem Instrument wieder zurückkommen, um hier von links unten wieder hochzukommen. Und das ist gerade für zu Hause eigentlich nicht praktikabel. Und deswegen ist es insbesondere für die Digital Pianos ein riesen Vorteil, wenn man eben statt diesem Kabelsalat eben hier nur noch dieses eine Mikrofon hat. Und das kann man dann zum Beispiel an ein Mikrofonstativ klemmen und das auch beliebig von der Seite auch positionieren. Weil dann braucht man nämlich das Mikrofonstativ auch nicht, um jetzt ein Kabel hinter der Wand zu führen oder so etwas. Und das ist wirklich eine total praktische Sache, gerade für die Digital Pianos. Und was die Keyboards betrifft, so ist es natürlich so ähnlich. Das heißt also, wir haben immer die Problematik, dass wir ein Mikrofonstativ seitlich aufstellen müssen, um das Kabel da langzuführen und wer jetzt Noten hat zum Beispiel, oder viele arbeiten ja auch mit iPad und so etwas, da kommt man sich halt immer etwas ins Gehege. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist wirklich speziell für die Heimanwendung noch ein viel größerer Vorteil, weil man sich eben einfach zu Hause, wo das Instrument ja, egal ob es im Musikzimmer, im Wohnzimmer oder im Studio steht, eigentlich jedes Kabel ist ja eins zu viel und stört eher. Und diese Flexibilität auch des Stativs, dass ich jetzt eben von der Seite, von links, von rechts aufstellen kann, ohne dass ich das Stativ nutzen muss, um eben das Kabel dort entlang zu führen, das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Eine weitere Frage war, welche Mikrofone eignen sich? Es funktionieren grundsätzlich alle Mikrofone dynamisch. Das heißt also, SM58 Standard-Mikrofon, hier ist das Sennheiser 945, das funktioniert, 845, hier habe ich noch ein Mikrofon von Yamaha, hat früher auch mal Mikrofone gebaut, YM100 würde ebenfalls funktionieren. Also alle dynamischen Mikrofone funktionieren. Das, was ich hier aufgestellt habe, das RE20, das legendäre Studiomikrofon, ein dynamisches Studiomikrofon, sowas gibt es auch, RE20, der berühmte Elefantenrüssel, wird eingesetzt für Dinge wie zum Beispiel Trompeten, Blasinstrumente, Schlagzeug, sehr gut geeignet, aber eben auch für Stimme. Das ist das Standard-Mikrofon für Radio-Voices eigentlich aus den USA, dieser knackige Sound, den man damit rauskriegt. RE20, ganz berühmt, ein dynamisches Mikrofon, welches man auch hier mit dieser Drahtlostrecke verwenden könnte. Also, damit ist eine große Bandbreite gegeben an Mikrofonen, die wir einsetzen können. Welches Mikrofon geht nun nicht? Also alles, was in irgendeiner Form ein Kondensatormikrofon ist, lässt sich in Ermangelung der Phantomspeisung natürlich nicht einsetzen. Und da gibt es ein Modell, was ich hier namentlich erwähnen möchte, nämlich das Neumann KMS 104 bzw. KMS 105. Das ist auch ein Bühnenmikrofon, aber eben mit Kondensatortechnik. Da man dafür eben die Phantomspeisung brauchen würde, könnte man die Funkstrecke dafür nicht einsetzen. Aber für alle anderen dynamischen Mikrofone funktioniert das System völlig problemlos. Das ist auch ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020